Ich gebe dir heute 8 Tipps, wie du schneller und besser in Logix Mixer arbeiten kannst. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal ist Musikproduktion in Logic Pro. In Logix Mixer laufen alle deine Rohspuren zusammen und enden letztendlich im Stereo Out, Logix Master Fader. Im Mixer fügst du deine Spuren, deine Rohspuren zu einem professionellen Mix zusammen. Ich bekomme allerdings immer wieder E-Mails von Leuten, die behaupten, Logix Mixer sei im Gegensatz zu denen von anderen DAWs zu klobig und umständlich zu bedienen. Ich bin nicht der Meinung, widerspreche ich hier. Ich glaube eher, dass diese Leute viele Funktionen, viele gute Funktionen von Logix Mixer gar nicht kennen. Und deswegen gebe ich dir jetzt 8 Tipps, wie du Logix Mixer effizienter und schneller bedienen kannst. Wir fangen an mit Tipp Nummer 1. Und der ist die verschiedenen Ansichtsoptionen von Logix Mixer zu nutzen. Davon machen die meisten User meines Erachtens viel zu wenig Gebrauch. Du kannst dir nämlich die Ansichtsoptionen für Logix Mixer sehr individuell einstellen. Ich fange mal gleich an. Hier oben hast du die Möglichkeit zum Beispiel die Kanalzüge kleiner, also schmaler oder eben breiter zu machen. Ich weiß, dass du das zum Beispiel in Cubase jetzt komplett individuell einstellen kannst, aber mir reicht das eigentlich so. Also das kannst du hier oben machen. Mir ist die breitere Ansicht eigentlich lieber. Und wenn sie dann immer noch zu unübersichtlich ist, können wir hier gleich weiter rüber gehen und können auch noch verschiedene andere Ansichtsoptionen auswählen. Ich könnte hier zum Beispiel, wenn mir das zu viel ist, die Aux-Channels jetzt ausblenden. Das hast du gesehen, jetzt sind die weg. Ich könnte die Busse ausblenden oder Audiospuren. Ja, dann sehe ich jetzt hier nur noch die Summenstapel und meine Aux-Kanäle. Ich kann die Aux-Kanäle hier ausblenden. Also so kannst du Logix Mixer sehr individuell und übersichtlich für dich einstellen. Tipp Nummer 2 ist, die richtigen Panning-Optionen zu nutzen. Panning bedeutet, wie du die einzelnen Instrumente oder Elemente im Stereofeld verteilst. Diese hier ist jetzt zum Beispiel ein bisschen nach links gepannt. Diese andere Gitarre, die Lead-Gitarre, ist weiter nach rechts gepannt und so weiter. Diese beiden Instrumente hier sind jetzt Mono-Instrumente. Das heißt, sie haben nur einen Kanal, den kann ich hier hin und her fahren im Stereofeld. Es gibt aber natürlich auch Stereo-Instrumente oder zum Beispiel Overheads bei den Drums. Hier zum Beispiel diese B3-Orgel ist in Stereo aufgenommen worden. Und die kann ich jetzt nicht einfach nach links und nach rechts pannen, einen Stereo-Kanal. Das kann ich natürlich schon, erziele damit aber nicht das perfekte Ergebnis. Und deswegen solltest du ein Stereo-Instrument auch Stereo-Pannen. Und das kannst du und musst du auch hier umschalten und das wissen viele auch noch nicht. Und zwar gehst du hier mit Control drauf und kannst jetzt hier Stereo-Pan auswählen. Jetzt kannst du den linken und den rechten Kanal unterschiedlich pannen und du kannst diese Stereo-Spur damit auch unterschiedlich breit machen und komplett im Stereofeld verschieben. Kann auch sehr nützlich sein, zum Beispiel gerade bei Overheads. Ich habe es gerade schon gesagt, wenn du die Overheads breiter haben möchtest, ein sehr breites Stereofeld haben möchtest. Oder wenn du deine Drums hier, die Drum-Overheads ein bisschen schmaler haben möchtest, dass du nicht den ganzen Mix zu matchen. Je nachdem, wie du es in deiner Produktion haben möchtest. Tipp Nummer 3 ist die Channel-Strip-Komponenten festzulegen. Wenn du hier drauf klickst, mit Rechtsklick, dann siehst du hier Channel-Strip-Komponenten. Und jetzt kannst du hier alles einstellen, was du dir anzeigen lassen möchtest oder was du dir nicht anzeigen lassen möchtest. Was ich zum Beispiel ganz gern habe, sind die Spurnotizen. Das heißt, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, könnte ich hier jetzt Notizen reinschreiben und der andere könnte sie dann gleich lesen. Die kann übrigens dann im Channel selber, im Kanalzug selber, siehst du hier, erscheinen die dann auch. Das finde ich sehr, sehr geschickt, gerade für Coworking arbeiten. Was ich hier zusätzlich mag, ist, wenn du die Spurnotizen einblendest, dass das Ganze ein bisschen weiter nach oben rutscht hier und die Spurnamen nicht so ganz unten kleben. Ich mache das auch meistens, wenn ich keine Spurnotizen nutze, damit ich einfach irgendwie es ein bisschen besser sehen kann. Im nächsten Tipp beziehe ich mich auf diese Reiter hier oben. Auch die dienen mehr oder weniger der Übersicht. Du kannst die Spuren jetzt hier alle anschauen oder du kannst sie einzeln anschauen. Das ist besonders nützlich, wenn du jetzt zum Beispiel eine Signalkette von einer Spur verfolgen möchtest. Besonders bei so einem großen Mix, wie hier siehst du, das kann sehr verwirrend sein. Viele Plugins, viele Sends, viele Auxes, viele Busse und so weiter. Wenn ich jetzt sehen möchte, was passiert in meinen Lead Vocals eigentlich genau, gehe ich hier oben einfach auf Einzeln und kann jetzt hier super den Signal Flow verfolgen. Wir haben also hier unsere Vocal Spur. Send Nummer 1, Send Nummer 11 ist ein Delay. Und Send Nummer 2 ist der RC48, das ist ein High von Native Instruments. Das ist hier super übersichtlich dargestellt. Ich gehe wieder zurück zu Spuren und was du auch machen kannst und auch das wissen sehr wenig, ist die Option Alle. Da werden dir nämlich nochmal ein paar mehr Optionen angezeigt. Und ganz besonders wichtig ist hier Klick und Pre-Listen. Manche haben Probleme, Logic Loops zu hören. Und da ist meistens hier aus irgendeinem Grund der Pre-Listen Schalter auf stumm geschaltet. Da bekomme ich viele E-Mails dazu. Deswegen, falls dir sowas passiert, du arbeitest mit Logic Loops und kannst die irgendwie nicht vorhören, dann ist meistens das hier aus irgendeinem Grund, den ich auch nicht genau weiß, auf Mute geschaltet oder du hast es mal aus Versehen gemacht. In Tipp Nummer 5 erkläre ich dir was Neues, was relativ, eine relativ neue Funktion in Logics Mixer, die viele tatsächlich noch gar nicht mitbekommen haben. Und das ist Summenstapel ineinander zu verschachteln. Darauf haben Logic User wirklich jahrelang gewartet. Und das ist echt übel, aber jetzt geht's. Und zwar klappe ich hier mal meinen Drum Boost auf. Was nicht ging bisher immer in Logic ist, und das ist eine sehr wichtige Technik für Drums, ist Summenstapel ineinander zu verschachteln. Ich habe also hier meinen Drum Bass. Und in diesem Summenstapel durch diese Plugins hier laufen alle meine Drum Spuren durch. Beim Drums abmischen hast du aber gern in deinem Summenstapel noch weitere Orcs Channels oder nochmal Summenstapel, die du zusammenfügen kannst und zusammen bearbeiten kannst. Zum Beispiel, was ich oft mache, sind die Toms. Die Toms, wenn sie gut gestimmt sind, brauchst du eigentlich nicht einzeln bearbeiten, sondern die kannst du auch als Gruppe bearbeiten. Und das war tatsächlich in Logic bisher nicht möglich. Du musstest dir umständlich einen Orcs Channel anlegen und die Toms da drauf routen und dann wieder den Bus zu routen, bla bla bla. Ja, jetzt brauchst du das nicht mehr. Ich kann diese zwei Toms zum Beispiel hier verschachteln, indem ich mir für sie einen zusätzlichen Summenstapel anlege. Und jetzt siehst du schon hier oben auch im Arrangement Fenster, wie durch Geisterhand habe ich mir hier in einem Summenstapel einen neuen Summenstapel angelegt. Ich mache das mal größer. Hier siehst du meine Tom-Gruppe, die sich jetzt innerhalb meines kompletten Drumbooses verschachtelt hat oder befindet. Ich kann das auch für die Snare zum Beispiel machen. Snare Drum Top, Snare Drum Bottom. Wenn ich die zum Beispiel zusammen bearbeiten möchte auch, kann ich auch diese wiederum rein verschachteln. Wir können das hier jetzt auch alles zumachen und haben es hier wesentlich übersichtlicher nochmal gestaltet. Dann kann ich unser Drumboos hier nochmal kleiner machen. Übrigens, wenn dir diese Tipps gefallen und du möchtest noch mehr Tipps, wie du besser und schneller in Logic arbeiten kannst, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere Tipps, wie du Logic für dich individualisieren kannst, damit es zu dir passt und damit du optimal in Logic arbeiten kannst. Das ist ein PDF, 10 Workflow Tipps für Logic. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir sie runterladen. Hat schon vielen Leuten weitergeholfen, unbedingt empfehlenswert. Ich wollte es nur gesagt haben. Und jetzt geht es weiter mit Tipp Nummer 6. Und der ist Sense of Fader. Auch die Funktion, obwohl es die schon länger gibt, kennen erstaunlicherweise immer noch nicht viele. Wenn du hier oben auf Sense of Fader gehst, siehst du, dass sich manchen Spuren die Fader hier in Gold oder Gelb verfärben. Was du damit machen kannst, und das ist sehr, sehr cool und das war in Logic auch länger nicht möglich, ist, wenn du zum Beispiel auf zwei Gitarrenspuren jetzt ein Reverb legen möchtest, das gleiche Reverb und du möchtest für die eine Spur das Reverb nach links pennen und für die andere Spur das Reverb nach rechts pennen. Dann kannst du das mit der Funktion Sense of Fader machen. Da die ganze Sache hier ein bisschen komplexer ist, empfehle ich dir am Schluss von diesem Video nochmal ein anderes Video, in dem ich die Funktion Sense of Fader ganz genau erkläre. Ich schalte also wieder um und wir kommen zu Tipp Nummer 7. Auch der handelt von Sense. Was du jetzt hier siehst und was in anderen DAWs ein bisschen besser geregelt ist, ist, dass du, wenn wir hier mal auf die Sense schauen, dass du hier nicht siehst, welcher Sense das eigentlich ist. Auch bei großen Projekten ist das ein bisschen blöd. Wir sehen also hier ganz oft Boost 11 und Boost 13, das sind die beiden Auxiliary Channels, aber wir sehen nicht, was das jetzt für ein Effekt ist bei anderen DAWs. Wie gesagt, steht das jetzt zum Beispiel dran, würde hier Delay stehen oder hier würde irgendein Halt stehen. Was wesentlich geschickter ist, bei uns ist es leider nicht so. Nochmal, um das hier schneller zu sehen, kannst du natürlich zum einen jetzt auf die Einzelspur wieder gehen, um das Signal Routing schnell für diese Einzelspur anzuschauen. Es gibt aber noch einen anderen Trick, besonders was Sense betrifft. Und das ist, wenn du auf den Send klickst, während du die Shift-Taste gedrückt hältst, dann blinkt der Send oder signalisiert dir der Send, der das ist. Ich sehe jetzt also hier schnell Boost 11, ah, okay, das ist mein Delay. Wenn ich jetzt hier wieder Shift-Taste gedrückt halt auf Boost 13 gehe, sehe ich schnell, ah, das ist mein RC48, mein Reverb. Das kann ich bei allen anderen natürlich auch machen. Also das ist jetzt nicht so gut, wie wenn hier unten tatsächlich der Effekt stehen würde, aber es ist zumindest eine Hilfe, um schneller rauszufinden, was ist dieser Send eigentlich. Wir kommen zum letzten Tipp und das ist hier oben der Reiter Setting. Auch den übersehen komischerweise immer viele. Hier kannst du auch recht viel machen. Zum Beispiel kannst du Channel Strip Settings komplett löschen. Du kannst die super schnell kopieren oder alle anderen möglichen Szenarien durchspielen. Wenn ich hier zum Beispiel auf Channel Strip Setting kopieren gehe und das hier zum Beispiel in dieser Spur einsetzen möchte, kann ich das ruckzuck machen. Und wenn du das oft machen musst, siehst du hier, dass hier auch schon Tastaturkursbefehle oder Shortcuts angelegt sind, die du schnell nutzen kannst. Auch das finde ich in Logix Mixer sehr, sehr praktisch und auch das solltest du unbedingt ausprobieren. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. Hat dich das überzeugt oder sagst du ja, ich arbeite in einer anderen DRW und da hat der Mixer viel bessere Möglichkeiten. Das würde mich sehr interessieren. Schreib mir das mal unten in die Kommentare. Oder vielleicht habe ich auch noch die ein oder andere wichtige Funktion vergessen, die du in Logix Mixer nutzt. Dann schreib mir das bitte auch in die Kommentare, damit kannst du anderen weiterhelfen. Falls du viele weitere Videos über Logix sehen möchtest, dann empfehle ich dir diese Checkliste. Da findest du weit über 100 Videos zum Thema Logix Pro. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Schick dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann.